Herzlich Willkommen zurück zu Shadows of Rose. Er hat mich gerettet, aber er hat es nicht geschafft. Er klang genau wie Dad. Ist Michael mein Vater? Gebt nicht auf, Rox. Finde den Kristall. Dank ihm kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Ja, oh, wir haben unsere Sachen wieder. Ich wollte eigentlich gerade mal, achso, ich bin ja sowieso aufgeladen, sehe ich gerade. Ich wollte eigentlich gerade mal wegen dem Kraut gucken. Wir sind auch wieder voll auf grün, das ist gut. Allerdings ist immer noch dieses komische infizierte Zeichen da drin, das wundert mich. Was schlecht ist, naja, schlecht ist relativ, das kann ich nicht mehr aufnehmen. Dass wir unsere Waffen jetzt wieder haben, das heißt, dass wahrscheinlich jetzt wieder mehr Gegner kommen werden. Wo sind wir denn hier überhaupt? Irgendwo draußen, okay. Speichermaschine. So, das ist geil, dass hier eine Speichermaschine war, aber bedeutet wahrscheinlich, dass es jetzt irgendwie richtig schwierig werden wird. Kann das sein, dass wir jetzt so Richtung Endgegner gehen? Wo kommen wir denn hier raus? Oder kommen wir doch da rum? Achso, rechts war noch... Nee? Nee? Doch? Okay. Äh. Was macht denn die dreiäugige Tür hier? Was macht das denn hier draußen? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Das verwirrt mich. Oh, Pistolenmunition, sehr geil. Wobei, so viel haben wir nicht. Also, achso, können wir denn... Moment. Nee, wir können gar nichts machen, ne? Wir haben immer noch keinen Schießpulver. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Eine Rohrbombe haben wir noch. Ich weiß aber gar nicht, wo wir... Achso, doch, die habe ich auf eins, ne? Ja, ja, okay. Ach, die Puppen sind auch hier draußen, okay. Nochmal Munition. Das kann gut oder schlecht sein. Ist da gerade was runtergefallen? Äh, die Geräusche ignoriere ich jetzt, also... Oh. Hat so ein bisschen von Alice im Wunderland, beziehungsweise Alice Madness Returns. Was ist das für ein Ort? Was ist das? Irgendwas ist da drüben. Ich kann es spüren. Okay, in Richtung des Kerns gehen. Das ist dann, vermute ich mal, das Ding da hinten. Oh je, oh je, wie soll ich denn da hingehen? Achso, ich kann hier... Aber die ganzen... Ist das jetzt explodiert oder was? Diese ganze Einrichtung hier... Liegt hier überall auf dem Boden? Äh... Ist das Efen? Nee. Ach, das bin ich selber. Ich dachte jetzt wegen der Käppi. Was? Ich will, dass ich links rumgehe. Haben wir hier noch irgendwas? Ich habe immer so ein bisschen Panik, dass jetzt aus dem Boden wieder diese Schimmeltypen rauskommen. Ist rechts rumgegangen. Da können wir auch nichts nehmen. Doch. Erste Hilfe, Mittel. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber da haben wir jetzt... Doch, da haben wir zwei von. Okay. Oh, das sind die... Ich dachte gerade, da kommt jetzt was reingesprungen. Okay. Also alles, was... Oh ja, das kennen wir doch. Da haben wir doch die Masken eingesetzt. Ja, genau. Ja, genau. Mit den Masken sogar. Oh. Oh oh. Oh Gott. Was waren das denn für komische Viecher? Das waren aber nicht unsere Schimmel-Zombies. Ach, das waren meine Kopien. Okay. Das heißt, es kann jetzt überall sein, dass meine Kopien ausstehen, oder wie? Die Frage ist, stehen die auch auf? Äh, was zappelt denn da hinten so? Oh. Aber der hier vorne steht nicht auf, okay. So frisst der eine zwei Kugeln und der andere vier. Beziehungsweise die. Flint-Munition. Oh, das sieht so nach Endgegner aus irgendwie. Hallo du da, kommst du mal? Oh, willst du mich verarschen? Wie viel hat der denn gerade geschluckt? Hat die eine Kopie sich jetzt von der anderen Kopie ernährt? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Eigentlich will ich mich hier nicht umsehen, aber wie man sieht, man kann noch was finden. Das ist gut. Pistolen-Munition. Oh, das ist sehr gut. Die will ich natürlich nicht liegen lassen. Hier flatterte noch was. Ach, das sind die. Ah, die Klamotten von denen. Oh, oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Hallo? Geht's noch? Ja, verreck mal. Oh. Man weiß ja nie, wo die rauskommen. Das ist ja das Schlimme. Ich weiß noch nicht, wo wir genau hin. Ah, okay. Sind wir jetzt da durch? Sind wir jetzt da durch? Ja. Okay. Muss man da jetzt ernsthaft runterspringen, oder was? Ist das euer Ernst? Da ist aber nichts, was man so nebenbei mal eben aufheben kann, oder? Weil wir können nicht mehr zurück, nehme ich mal an. Also das müsst ihr mir mal erklären, wer eigentlich immer wieder umherläuft und überall hier diese Kerzen hinstellt. Ich meine, die werden schön angezündet, die werden hier hingestellt. Das ist eine tolle Beleuchtung. Das ist, da freue ich mich drüber, aber wie kommen die hin? Okay. Okay. Eine Bibliothek. Wir sind im Zentrum von Alien gelandet. Okay. Werden hier diese Kopien von mir gemacht? Na ja, klar. Das jetzt keine lange Zähne kommt. Jedes Mal, wenn ich am Trinken bin, kommen keine lange Zähne. Sie haben die Kopien hier gemacht. Willst du da runterspringen? Das ist doch sehr tief. Ich glaube, mir bleibt aber keine andere Wahl, ne? Erstmal schnell Bein brechen. So, erstmal gucken. Mission, das triggert hoffentlich nichts. Also eigentlich dürfte hier nichts getriggert werden, weil hier ist eine Speichermaschine. Aber man kann sich bei Resident Evil nie hundertprozentig sicher sein. Der Megamycet nimmt die Erinnerungen allen Lebens und seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinen inneren bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Es erscheint mir sinnvoll, schriftlich festzuhalten, was sich mir nach und nach erschließt. Die Erinnerungen, aus denen diese Welt besteht, sind nicht nur immer Ebenbild der Realität. Nur jene, die sich zu ihren Lebzeiten an den Mytermyzeten anpassten, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Das deckt sich mit meinem Verständnis von Megamyceten, welches ich vor meinem Tod aus seinen Visionen erlangte. So ist es, mein Tod. Mein physisches Ich gibt es nicht mehr. Es wurde vor Megamyceten aufgenommen. Und doch bin ich fern der Verzweiflung, denn dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt. All die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerungen, das Bewusstsein, das Verhältnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurden in den Megamyceten transferiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewaltige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen macht die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in alle Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der ich sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzig wahre Kandidatin, die mir auf meiner lebenslangen Suche begegnet ist. Rosemary Winters Okay, kann man sich erstmal umsehen, bevor ich speichere, weil ich denke mal, da geht's dann... Moment, hier ist noch was. Ich habe mit den Möglichkeiten der Manipulation und der Wiederbelebung der im Mytamyceten gespeicherten Bewusstseinsinstanzen experimentiert. Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Bewusstsein konserviert und gespeichert. Aber nach einer gewissen Zeit zerstreut es sich und verwässert. Es breitet sich dünn im ganzen Mytamyceten aus, vermischt sich mit dem Bewusstsein und den Erinnerungen anderer. Ein auf diese Weise diffundiertes Individuum zu extrahieren und neu zusammenzufügen, hat sich als überaus aufwendig herausgestellt. Ich habe versuchsweise damit experimentiert, auf Basis des Bewusstseins verschiedener Personen eine neue Entität zu schaffen. Ergebnisse Die Ergebnisse waren faszinierend. Ich sammelte Fragmente, verwob die Fäden neu und es gelang mir, ein Individuum neu in diese Welt zu gebären. Ein Erfolg, ohne Frage. Doch obwohl er mit seinem ungewöhnlichen Körperbau jemandem gleicht, den ich einst kannte, wohnt ihm doch eine verkommene Psyche inne. Ganz zu schweigen davon, dass ihm ein Teil seines Gesichts fehlt. Schlussfolgerung Erinnerungen können manipuliert und Personen erschaffen werden, aber solche Kreationen sind fehlerhaft und instabil. Auf diese Weise kann keine geeignete Hülle erschaffen werden. Von wem ist das alles? Ja, da hinten gehe ich weiter. Das heißt, ich sammle die Sachen nochmal ein, bevor ich nochmal speichere. Es scheint, dass ein Eindringling sich in meiner Welt einnisten konnte, während ich mit meinen Experimenten mit Bewusstseinsinstanzen beschäftigt war. Dieser Eindringling war niemand anderes als diese Missgeburt Evelyn, die offenbar ihre eigenen erbärmlichen Absichten verfolgte und durch die nun mein Plan etwas in Verzug geraten ist. Hätte Evelyn sich nicht eingemischt, wäre Rosemary Winters am Rande der Verzweiflung gewesen. Jeglichen Lebenswillen und ihrer Mütter-Myzet-Kräfte beraubt. Stattdessen brennt sie nun vor einer erneuerlichen Leidenschaft, die es zu ersticken meine Aufgabe sein wird. Okay, also die ist wohl nicht so sehr amused darüber. Das, ähm... Ich will jetzt nicht zu tief da reingehen. Ich meine, das kann man ja zur Not immer... Oh, da ist noch was. Aber wir kriegen so unheimlich viel Flinten-Munition im Moment. Ein Moment, das haben wir noch nicht gesehen, oder? Ich hatte vorgehabt, Rosemary Winters zu duplizieren, in der Hoffnung, dass eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ergebnisse waren alles andere als gut. Es scheint, als würde etwas den Ablauf stören. Mich daran hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gelang mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebende Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist dieses erbärmliche Geschöpf nicht geeignet. Ich werde weiter versuchen, die Störquelle auswendig zu machen. Folgende Theorien sind mir dazu bisher eingefallen. Erstens, die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Zweitens, ein anderer Akteur in dieser Welt. Drittens, ein Fehler in meinen Produktionsmethoden. Keines davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich. Und ebenso wenige wären einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich waren die Aussichten am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anböte. Zusätzliche Beobachtungen. Weitere Experimente mit dem Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Entdeckung geführt. Wenn Rose-Kopien Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslösen, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte, wie Rose sie besitzt. Das sollte weiter untersucht werden. Und ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, genau der richtige ist, einen solchen Belastungstest durchzuführen. Das heißt, aber der war vorher, glaube ich, auch maskiert, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das heißt, der Typ, den wir ja schon kennen, der uns normalerweise geholfen hatte, also dieser Duke, der ist jetzt böse, ich vermute mal, weil sie ihn beeinflusst hat oder sowas. Das würde zumindest dann erklären, warum er böse ist. Und diese, naja, Belastungstests, das sind dann vermutlich diese schönen Tests, die er dann immer durchführt mit den Häschen, wie er es so schön genannt hat. Doch, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, speichere ich hier nochmal ab, weil ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, dass wir jetzt gleich auf den Bossgegner treffen. So, wir haben auch nicht mehr viel Platz, aber man muss dazu sagen, da wir nicht allzu viel bekommen haben und immer wieder Fehlschüsse losgeworden sind, haben wir bisher noch nie Platzmangel gehabt, was ich von Resident Evil noch gar nicht kannte. Zweig, das ist also der normale Zweig und das hier ist dann der Balsam. Gut, ich würde sagen, dass wir das vielleicht mal tauschen. Und gut, die Patronen, die sollten ja automatisch da reingehen, das ist nicht so schlimm. Nur, dass ich die ersten Hilfesprays alle links habe. Vielleicht das auch nochmal eben mit dem tauschen. Und mir ist auch dahin, ist mir jetzt auch egal. So, ich weiß, ich bin da ein bisschen penibel drin, aber dann habe ich das alles so direkt übereinander. Obwohl, dann könnten wir das jetzt auch direkt der Vollständigkeit halber nochmal nach unten setzen. Und die Rohrbombe, die rede ich auch nochmal austauschen, aber naja, gut. Ich meine, okay. Also, das haben wir uns jetzt alles hier angeguckt und durchgelesen. Das ist schon, oder wird wieder was geboren, sozusagen. Ja. Die werden dann durch dieses Zeugs, also das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Myamizet, ich weiß nicht mal, wie es heißt. Werden sie dann woanders hingebracht, nehme ich mal an. Okay. Büschel, weißer Seilbein, noch ein Büschel. Achso, die stacken sich aber, das ist gut. Oh, was war das jetzt? Okay. Genau, warte erstmal durch diese ekelige Brühe. Das ist so stark. Das muss der Kristall sein. Fast geschafft, Michael. Kannst auch Daddy sagen. Okay, was ist denn da draußen? Statuen. Sieht aus wie ein Opferalter oder sowas. Nicht mehr weit. Okay. Also ich sag jetzt gerade nicht allzu viel, ich weiß. Aber das, ähm, eklig fasziniert mich, um es mal so zu sagen. Okay. Tiefschwarzer Gott, der du in uns lebst und in dem wir leben. Erschaffe für uns eine neue Welt nach deinem Willen. Dein finsteres Bewusstsein reicht uns für eine zweite Chance. Gütig dargeboten und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schäfleins, da es auf deine verdunkelte Welt herabfällt. Nicht um der Zerstörung willen, sondern des Erhalts und um erneut Leben zu sehen. Fuck, das ist echt krank. Ja, das ganze DLC ist ziemlich krank, finde ich. Aber gut, wenn du nur den Teil hier krank findest, ist okay, ist in Ordnung. Ich meine, das sieht aus, als ob das hier alles ist. Das ist der echte. Ich fühle es. Es funktioniert. Nein. Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer... Wer sind sie? Mein Name ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. So mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt laufen. In der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Nein, aber Kay sagte doch... Hat er... ...oder habe ich... Dieser Kay war ein Trugbild. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hülle für meine Eva! Das sagt die Einäugige. Da muss ich mich halt selbst retten. Das ist Rose, die kann ich schnell. Oh nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Rose. Ach komm. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt musst du erst mal weg. Ja, das wäre schön. Aber die kann nicht laufen. Die hat das nie gelernt. Siehst du das nicht? Das ist Laufen bei der. Ausweichen kann sie auch nicht. Wieso kann ich nicht zielen? Meine Sachen habe ich noch. Und wieso zeigt man ihm wieder nicht von vorne? Ich meine, wir haben ja schließlich jetzt einen Third Person. Das war aber mein Eingang. Das hätte ich mir auch sagen können. Schieß sie ans Aruge. Aber Papa. Lauf. Ich weiß, du kannst es nicht, aber versuchst. Du kannst nicht von ihm fliehen, Rose. Üfen. Hartnäckig wie immer. Dad. Rose, verschwinde. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber. Rose, geh schon. Ich lass dich nicht allein. Ich weiß. Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte. Bitte, geh. Finde auf, wessige Erachter. Ich mach das. Verschwinde. Ja. 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 Ja, jetzt geht's richtig ab hier. Oh. Was ist die denn jetzt? Warum lehnst du dich ab? Ja, das mit dem Ausweichen habe ich schon verstanden. Muss ich jetzt irgendwie auf irgendwas warten? Oder kann ich jetzt einfach drauf losballern? Wofür? Geh weg. Die hält aber auch nicht still. Sagen wir, du überlebst. Moment, LT, LT? Was würde das nützen? Du kannst deinen Vater nicht trennen. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Ist ja gut. Ich war jetzt drauf fixiert, dass was kommen sollte, aber es gab nichts. Also mit LT. Ah. L, S und B. Das war's nicht. Ah, wieso hat die sich jetzt umgedreht? Hä, wie soll ich das machen? Ich verstehe es nicht. LS ist der linke Stick. Ach so, nach vorne. Ach, ich habe das zur Seite gemacht. Okay. Jetzt kann sie nicht mehr zur Seite hüpfen, oder was? Na, Alter, schick mir noch ein paar mehr von den Kugeln. Du darfst bessere Tränen vergessen. Ich muss also mehrere sammeln. Ich glaube, dass ich voll bin, wenn ich das richtig sehe. Doch nicht, bitte. Ah, also ich kann sie wohl nur treffen, wenn sie am Boden ist. Nehme ich an. Was ist das? Das sind Schüsse. Das ist das, was ihr den Garaus macht. All die Mühen, dich wieder zu locken, haben sich wirklich gelohnt. Du bist unglaublich. Ich kann mich verarschen, was jetzt los ist. Verrackt mit seinen Platz und glaubt, ich den Bach runtergehen. Komm! An meine Seite! Deine Zeit ist gekommen. Ich kann mich verarschen, wenn ich die Welt im Innern des Mega-Bezehnten um meine geliebte Tochter wieder zu eröffnen. Aber wie viele Höhle ich auch erschuf. Keine vermochte ihr Leben einzuhaufen. Das ist der Grund, weshalb du es sein musst. Du bist die Ein... Nein! Wieso habe ich kein... Oh nein! Büschl Wasser selber, ey. Jetzt habe ich den Angriff gemacht und er ging jetzt daneben, oder was? Was ich auch tun muss. Ich werde meinen Wunsch erfüllen. Ach, die muss näher rankommen, oder wie? Nein! Du zwingst mich nicht in die Knie! Das war doch gerade das Ton, oder? Warum lehnst du dich auf? Es ist eine Schande, auszuleben! Dein Ende... Ja, komm, komm, komm! Ja, die ist super ausgewichen. Man hat zwar gehört, wie ich draufgehauen habe, aber sie ist super ausgewichen. Können wir auch ein bisschen näher. Doch, das ist möglich. Ich bin Rose, ich kann das. Ja, du wirst nicht ausweichen. Kann ich immer. Ich glaube, jetzt sollte ich mich doch mal so langsam heilen. Ja, genau. Du gibst einfach nicht auf, wie von Isons Tochter zu erfahren. Die Handmöglichkeit, mit der du dein Leben verteidigst, macht dich zu... Hä, wieso bin ich jetzt schon wieder rot? Du perfekte Hülle für meine Eva. Ja, toll. Jetzt geht sie natürlich da rein, das war so klar. Das ist meine Schrot, Arschluck. Oh, meine Schrot, ich habe keine... Hä? Doch, aber die hat nicht nachgeladen. Wieso hat die nicht nachgeladen? Ich habe nicht mehr so viele Punkte. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah! Was ist das? Was muss ich machen? Hat der das jetzt... Hat der nicht angenommen. Wieso hat der das nicht angenommen? Wunsch ist zum Reifen. Dann kann ich mich nicht angenommen. Nein! Rose! Hier drüben! Dad! Nimm das. Mach sie kalt. Ah! Verlass dich drauf! Kehre zu mir zurück! Und gib mir deine Macht! Kamehameha! Meine Hilfe! Kamehameha! Hey Süße! Oh Gott! Du bist so groß geworden! Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht. Aber ich konnte dich nicht beschützen! Du hast mich doch beschützt! Die ganze Zeit! Nein! Diesmal nicht! Das war deine Chance! Tut mir leid! Nein! Das war meine Entscheidung! Und ich bereue sie kein bisschen! Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können! Dir in die... Augen sehen! Also keine Sorge! Es ist okay! Nein! Ich bin stolz auf dich! Ich bin so stolz auf dich! Hab dich lieb, Rose! Ich bin so stolz auf dich! Ich dich auch, Ted! Zeig doch mal sein Gesicht! Wir kennen das doch mittlerweile alle! Ich bin so stolz auf dich! Beide! Ich bin so stolz auf dich, er will, okay. Ich bin so stolz auf dich! Dad. Na, was denkst du, kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Äh, okay, dann vielleicht doch, aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß, der Mond fühlt sich bestimmt. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht, die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow, war nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Du bist ein Kind. Vielen Dank. Ja, und das war Shadows of Rose, das DLC von Resident Evil 8. Ich persönlich muss sagen, ich bin ja erst mit einem etwas unguten Gefühl reingegangen, weil ich ja von sehr, sehr vielen Leuten gehört habe, dass das ein totaler Shooter mittlerweile geworden ist. Also der achte Teil. Der siebte Teil, den sind wir ja gerade noch am Aufnehmen, beziehungsweise bin ich noch am Aufnehmen. Da muss ich sagen, es ist doch, also es ist irgendwie bizarr, es ist ja die Vorgeschichte von dem Ganzen, aber es ist zumindest kein Shooter. Was sehr, sehr nervig ist, weil man überhaupt nicht so richtig ins Spiel reinkommt in dem Sinne, ist die Ego-Perspektive. Weil euch geht es sicher auch so, sobald die Ego-Perspektive draußen ist, ist es so, als ob man gar nicht drin ist irgendwie in dem Spiel. Das ist dann, als ob man einen Film guckt im Endeffekt. Und bei der Third Person weiß man halt, okay, man ist dieser Charakter in dem Moment und wenn er verletzt wird, dann fiebert man mit. Und wenn er irgendwie, was weiß ich, was macht, dann irgendwas Gutes macht, dann freut man sich und so weiter. Und das hat man halt im achten Teil wohl, im siebten Teil nicht so richtig so rum. Im achten Teil auch nicht. Allerdings werde ich es jetzt haben, weil ich kann nämlich die Third Person spielen. Allerdings werde ich den achten Teil erspielen, nachdem ich den siebten bereits beendet habe. Damit wir dann auch in der chronologischen Reihenfolge bleiben. Ich konnte es mir aber nicht nehmen, das DLC vorher zu spielen, weil, wie gesagt, ich war irgendwie total scharf drauf und wollte auch wissen, worum es überhaupt geht und so. Und bin auch überhaupt nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil, also ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass das wirklich wieder im Resident Evil Stil gewesen ist. Auch wenn man vielleicht weniger Puppen hätte reinbringen können. Also, liebe Resident Evil Macher, keine Puppen mehr für die Zukunft bitte. Das hält mein kleines Gameplayerin-Herz nicht aus. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, es war ein richtig, richtig geiles DLC. Vor allen Dingen war es richtig lange. Also, wir sind jetzt zehn Folgen oder so, glaube ich, im Aufnehmen gewesen. Bin mir jetzt nicht sicher. Und, ja, ich schätze mal so vier Stunden, fünf Stunden haben wir sicher gespielt. Und es war wirklich, wirklich toll. Ach, da sehe ich übrigens jetzt auch hier Dol B, Dol C, Dol A. Die wurden noch gar nicht synchronisiert, die haben noch gar nicht gesprungen, oder? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Schade, ich hätte darauf achten sollen, wer diese Psycho-Stimme hatte in der Synchronisation. Weil das war, das war nicht mehr normal, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, also ich fand's, auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr reden kann, ich fand's unheimlich klasse. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt, ob ihr es selber gespielt habt. Ähm, unabhängig davon, ob ihr es selber gespielt habt, ähm, wie ihr das Ganze fandet. Ob ihr, ja, so ein richtiges Resident-Evil-Feeling auch wieder hattet. Oder ob es vielleicht euer erstes Resident-Evil-Spiel war, was ihr jetzt hier machen konntet mit dem DLC. Kann ja auch sein. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, es tut mir leid, wenn jetzt gerade in der letzten Szene, wo es so ruhig gewesen ist, ein Riesenlärm im Hintergrund war. Ach, der Doofkopf von Epi war hier gerade durch die Küche am Fegen. Und, naja, also ich hab's sehr laut gehört durch die Kopfhörer, was ich normalerweise, wo ich normalerweise gar nichts durchhöre großartig um mich herum. Ich hoffe, es ist nicht durch das Mikrofon gegangen. Wenn doch, tut es mir wirklich leid. Und, ja, ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Ich gucke mal, ob hier noch irgendeine Szene danach kommt. Und, wenn nicht, dann ist das hier das Ende. Bis dann. Ciao.